Wenn ihr von eurem aktuellen Lieblingsspiel nicht genug bekommt, sind DLCs oftmals die perfekte Lösung. Doch selbst wenn ihr gerade schon auf neuen Pfaden unterwegs seid, bieten neue Erweiterungen eine geniale Gelegenheit mal wieder einen älteren Titel einzuschmeißen. Wer weiß, vielleicht lasst ihr eine alte Spielliebe erneut entfachen. Nachdem in letzter Zeit so viele gute neue DLCs erschienen sind, müssen wir euch diese einfach in diesem Video vorstellen. Mal so ganz nebenbei, bei welchem Spiel würdet ihr euch denn einen neuen DLC wünschen? Haut eure Antworten gerne in die Kommentare. Wer weiß, vielleicht liest ja ein Dev-Team mit und kriegt plötzlich eine spontane Eingebung. Zwei der absoluten Fanlieblinge der Watch Dogs Reihe sind zurück. Aidan Pearce aus dem ersten Teil und Ranch aus Watch Dogs 2. In der neuen Storyline, die sich zeitlich vor den Ereignissen von Legion ansiedelt, reist Aidan Pearce für einen Auftrag nach London, für den sie er sich mit dem Fancy-Hacker Ranch zusammenschließt. Auch wenn Aidan seit seinem ersten Abenteuer etwas gealtert ist, hat der mittlerweile 55-Jährige nichts von seinen Fähigkeiten verlernt und setzt alles daran, Brock Attack um kostenspielige Technologien zu erleichtern. Dummerweise schnappt ihm Ranch kurzerhand seine Beute unter der Nase weg, doch nachdem sich die beiden einigen, beginnt ein gemeinsamer und vor allem äußerst spannender Kampf gegen den Oberschurken Thomas Rampart. Ohne Hilfe von außen müssen sich die beiden vollständig auf ihre Skills verlassen, um dem mächtigen Militär-Robotik-Unternehmen das Handwerk zu legen. Die Singleplayer-Erweiterung Bloodline ist sowohl einzeln als auch als Teil des Seasons Pass erhältlich und hält neben dem Wiedersehen mit liebgewonnenen Hacker-Profis so manche Überraschungen bereit. Beachtet dabei nur, dass ihr zum Spielen auch das Hauptspiel Watch Dogs Legion benötigt. Wenn euch die unzähligen Biome von Minecraft Dungeons bisher noch nicht düster genug waren, dann kommt hier genau die richtige Ladung Darkness, auf die ihr gewartet habt. Mit Echoing Void begebt ihr euch in die titelgebende Leere und trefft hier nicht nur auf neue Aufgaben und Herausforderungen, sondern auch auf ganz fiese neue Mobs. Deren Enderman-Ästhetik lässt bereits vermuten, dass es sich dabei nicht gerade um die leichteste Beute handelt. Spätestens wenn ihr ohne starkes Equipment und eine gewisse Vorerfahrung dieses Biom betretet, werdet ihr schnell feststellen, dass euch hier vor allem eins erwartet – brutale und fordernde Kämpfe. Damit ihr nicht komplett hilflos dasteht, gibt es natürlich freshe Ausrüstungsgegenstände, die euch mit zusätzlichen Fähigkeiten und dem ein oder anderen Schutz ausstatten. Lasst euch von Echoing Void auf neue Missionen mitnehmen, in denen ihr Schwerkraft trotzt und beweist, dass ihr euch auch in den Tiefen des nicht nur sprichwörtlichen Nichtsbestens zu wehren wisst. Mit On the Edge erscheint die dritte und letzte Erweiterung für Frostpunk. Das Spiel, in dem ihr euch einem nie enden wollenden Kampf gegen die Kälte stellt, macht euch in der neuen Erweiterung zum Leiter des neuen Außenpostens. Eure Aufgabe unterscheidet sich jedoch grundlegend von der des Hauptspiels. Anstatt einfach nur dafür zu sorgen, dass möglichst viele Menschen überleben und eure Siedlung wächst, werdet ihr mit dem Sammeln von wertvollen Ressourcen beauftragt. In der Nähe eines Armeelagerhauses, das sich Neo London nennt, befinden sich kostbare Schätze, die von euch gesammelt und eskortiert werden sollen. Ähnlich wie ihr das aus dem Hauptspiel kennt, stehen auch hier etliche Erscheinungen vor euch, die den weiteren Spielverlauf beeinflussen und neben Chancen vor allem auch neue Risiken und Probleme mit sich bringen. Zu eurem großen Glück trefft ihr draußen in der eisigen Einöde auf neue Gebiete, Hintergrundgeschichten und auch auf andere Siedlungen, die euch teilweise bei eurem Unterfangen helfen. Handelswege, Verbündete, sowie neuartige Einheiten erleichtern zuweilen eure Strapazen. Doch eins bleibt sicher, auch die dritte Erweiterung von Frostpunk setzt in großem Maß auf Tragik. Der Titel des neuen Dirt 5 DLCs ist Super Size. Der Name ist hier auf jeden Fall Programm. Dann listen wir euch doch direkt mal auf, was da so alles drinsteckt. Da wären zum einen die vier neuen Autos. Das Bentley Continental GT Ice Race Car, der Rizvani Tank, der Volkswagen Atlas Crossport Barger Concept und der Armada Rock Racer. Zusätzlich erwarten euch diverse neue Fahrzeuge, Designs und ganze 27 frische Karriere-Events. Zwei neue Karriere-Sponsoren und endliche zusätzliche Customizations runden das Paket ab und liefern euch insgesamt genügend Content, um für die nächste Zeit die Reifen wieder ordentlich zum Durchdrehen zu bringen. Besitzt ihr die Amplified oder die Day One Edition von Dirt 5 ist die Erweiterung Super Size kostenlos. Was aber auf jeden Fall für alle kostenlos ist, ist das große Update Version 5.0, das zeitgleich mit dem neuen DLC Einzug ins Spiel erhielt. Neben einer ellenlangen Liste an Anpassungen und Änderungen gibt es hier direkt auch noch ein paar neue Themen für den Kreativmodus, neue Strecken und sogar ein paar neue Fahrzeuge. So oder so ist es also nicht die schlechteste Idee, mal wieder einen Blick in Dirt 5 zu werfen. Erst recht, weil es ja im Game Pass erhalten ist. So muss das aussehen. Auch wenn wir euch schon ein paar Mal darüber berichtet haben, wie abgefahren die Kollaboration mit Fluch der Karibik in Sea of Thieves funktioniert, müssen wir es noch einmal erwähnen. Die daraus entstandene und vor allem eigenständige Kampagne schmeckt uns sogar noch besser als der Rum in den Außenposten-Tavernen. A Pirates Life ist ein unglaublich schönes Abenteuer. Zusammen mit Captain Jack Sparrow und vielen weiteren bekannten Gesichtern der berühmten Disney-Piraten-Film-Reihe erlebt ihr eine Reihe von Quests, die nicht nur spannende Geschichten und fordernde Aufgaben, sondern auch reichlich Gold und neue Anpassungen für euch bereithalten. Jetzt heißt es für euch nur noch Game Pass anschmeißen, Sea of Thieves laden und dann erlebt ihr das Pirates Life eurer Freibeuterträume. Kleiner Tipp an dieser Stelle, gemeinsam ist es auf hoher See immer noch am lustigsten. Also schnappt euch direkt mal ein paar Xbox-Mates und setzt die Säge. Das Abenteuer wartet auf euch! Nachdem sich in Steel of Dawn der vorherigen Erweiterung für Fallout 76 bereits erste Konflikte innerhalb der Brotherhood of Steel abgezeichnet haben, geht es nun mit Steel Rain in die nächste Runde. Als wäre der Stress innerhalb der Gemeinschaft nicht schon energiezerrend genug, mischen sich jetzt noch Mutantinnen in die Reibereien ein und sorgen für Eskalation im großen Ausmaß. Denn jetzt kommt wirklich alles zusammen. Super MutantInnen, die euch das Leben in der Post-Apokalypse schwer machen, Ungereimtheiten in der Führerschaft der Brotherhood und der fortlaufende Kampf um die Herrschaft über die Einöde. All das macht aus Steel Rain sowohl politisch als auch spielerisch ein Fest für jeden Fallout-Fan. Wie auch schon in den bisherigen Erweiterungen geht die Richtung von Fallout 76 weiter in Richtung Handlung, was euch reichlich Gelegenheit gibt, interessante und faszinierende Geschichten mit eurer Koop-Gruppe zu erleben. Und wie bei vielen anderen Spielen in dieser Liste könnt ihr einfach eure Lieblingsmitgliedschaft anschmeißen, den Download starten und euch ruckzuck selbst ein Bild davon machen, welche Überraschungen die Entwickler noch für euch im Ärmel ihrer Power-Armor versteckt haben. Kaum ein Franchise passt vermutlich besser in die brisanten, asynchronen Horror-Gefechte von Dead by Daylight als Resident Evil. Mit dem neuen Kapitel erhalten direkt ein paar bekannte Gesichter Einzug in die hitzigen Kämpfe. Allen voran der allseits gefürchtete Nemesis. Doch auch wenn die Tyrann-Variante einige fiese Fähigkeiten mit auf die Schlachtfelder bringt, seid ihr ihm nicht schutzlos ausgeliefert. Leon Kennedy, Jill Valentine, Chris Redfield und Claire Redfield geben sicherlich nicht kampflos auf. Sie setzen ihre ganz eigenen Fähigkeiten und vor allem ihre Erfahrungen im Umgang mit mutierenden Monster zum Einsatz, um am Ende als Überlebende das Match zu verlassen. Dabei helfen euch Perks wie Heilungen, Blendgranaten, die keinen Lärm verursachen oder auch die Möglichkeit Totems schneller zu reinigen. Willkommen im 20. Kapitel von Dead by Daylight und wenn ihr den Nemesis trefft, lasst doch mal ein paar nette Grüße da. Auch wenn er jetzt nicht der Hübscheste ist, hat er doch einige Fans. Okay, ihr könnt vielleicht nicht die Uhr danach stellen, aber es ist schon faszinierend, in was für einer unglaublichen Frequenz neuer Erweiterungen für The Elder Scrolls Online erschienen. Und ja, das Hauptspiel ist im Xbox Game Pass enthalten, also solltet ihr das noch nicht wissen. Mit Blackwood öffnet sich in The Elder Scrolls Online ein neues Kapitel, das euch in bester Update-Manier mit jeder Menge lohnenswerter Inhalte versorgt. Dazu zählt ein gewaltiges neues Gebiet namens Dunkelforst, in dem mal wieder fantastische Abenteuer erzählt werden. Doch nicht nur die neue Hauptgeschichte, bei der sich alles um die Enthüllung diätrischer Ambitionen und Ränke dreht, begeistert sowohl Neulinge als auch Wiederkehrer. Das neue Gefährdensystem, neue Prüfungen, Weltereignisse, Nebenquests, interessante Begegnungen und packende Herausforderungen sorgen dafür, dass selbst nach Abschließen der Main-Quest noch genügend Entdeckungsmöglichkeiten auf euch warten. Minecraft 1.17, besser bekannt als Caves & Cliffs, erweitert die umfangreiche Welt von Minecraft ein weiteres Mal um zahlreiche Inhalte, die euer Spielerlebnis in allen denkbaren Aspekten bereichern. Und dass sich dieses Update als eines der größten bisher für Minecraft erschienen Updates bezeichnen darf, kommt nicht von ungefähr. Immerhin kommen mit dieser Aktualisierung über 100 neue Dinge in euer Lieblingsklötzchen-Spiel. Und weil es so unglaublich viele Neuerungen gibt, wurde das Update sogar in zwei Teile aufgeteilt. So werdet ihr nicht gleich komplett überfordert und erhaltet die Möglichkeit auch wirklich alles genauestens unter die Lupe zu nehmen. Die ersten 49 Blockarten sind bereits integriert und geben euch nun noch mehr kreative Freiheiten beim Erbauen eurer Spielwelten. Also schnappt euch eine Schaufel, Spitzhacke und einen Crafting-Table und macht euch auf, eine aufregende Entdeckungstour in den Tiefen der Spielwelt von Minecraft bereit. Genau wie ihr sind, wir schon sehr gespannt, was man da unten so alles findet. Berichtet uns gerne mal in den Kommentaren von euren Lieblingsentdeckungen. Wir sind gespannt! Die Vorfreude war groß und das neue Abenteuer in Assassin's Creed Valhalla kann auf jeden Fall mithalten. In der Belagerung von Paris – ihr habt es euch sicher schon gedacht – dreht sich alles um die betitelgebende Stadt Paris. Angesiedelt im Jahr 885, also ca. 8 Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte von Valhalla, liegt es an Avon, den geplanten Krieg zwischen dem Norden und England zu vereiteln. Da dürfen natürlich auch keine Sidequests und andere Aktivitäten fehlen, die der neuen Umgebung einen besonderen Reiz geben und euch immer wieder zu ausgiebigen Erkundungen in diesem frischen Setting einladen. Wir freuen uns schon auf unseren Besuch im alten Paris und sind uns sicher, dass auch ihr eine gute Zeit dabei haben werdet, mit euren Wikinger-Manieren den feinen Leuten dieser vergleichsweise gehobenen Kultur entgegenzutreten. 10 neue DLCs und so viele unterschiedliche Möglichkeiten, eurem Lieblingshobby nachzugeben Neues Futter für die Konsole ist nie verkehrt und da ein guter Teil der gezeigten Spiele im Xbox Game Pass ist, gibt's schon fast keinen Grund für euch, hier nicht mal reinzuschauen. Zumal die DLCs der Game Pass-Spiele in der Regel sogar stark reduziert sind. Welcher DLC triggert euer Verlangen nach neuen Abenteuern? denn am meisten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Und hat euch das Video gefallen, würden wir uns wie immer über einen Like freuen! Für mehr solcher Videos, mehr Infos und Ankündigungen zu Xbox abonniert am besten gleich unseren Kanal! Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns online!